Nur kurze Zeit nach ihrer Teilnahme an das Sommerhaus der Stars verkündeten Pia Tillmann und Siko Banach. Sie erwarten ein Baby. Jetzt war es endlich soweit. Das Söhnchen erblickte am 21. März 2024 das Licht der Welt. Nur ein paar Stunden vor der Geburt postete Pia eine Story, in der sie erzählte, dass sie in einem kompletten Film der Emotionen sei. In einer weiteren Story schrieb das Paar, dass es Mutter und Kind gut gehe.